Hallo Hallo So, ich bin gespannt, ob hier vielleicht irgendwie wieder ein Troll auftaucht Hier ist auf jeden Fall erstmal Ruhe Es sieht auch sehr dunkel aus hier Ja, jetzt, Mann, jetzt lauf doch nicht in jedes Schwert rein, du Ömmel Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Können wir da überhaupt lang? Witchwood-Steine Wieso können wir da nicht lang? Ach, es geht ja um die Oma-Hüte Das hatte ich ja ganz vergessen Die Fokus-Steine sind natürlich die Oma-Hüte und die sind natürlich da hinten Aha Nein So wie dein Gesicht Der Stier kommt ihr zu spät Dieser Punkt ist aktiv Aber keine Sorge Wir sind noch nicht fertig Yeah Sieht aus, als hätte er erreicht, was er wollte Aber das Portal ist noch offen Ja, ab dafür Folgt ihm hindurch Ich bleibe hier und zeige diesen Tieren, wer Dorn und Rose ist Die Tote, die da in der Ecke liegt Ja, super Das ist ja ganz fantastisch, dass der da ist Ja, jetzt lass mich doch auch mal hier bitte ein bisschen, ja? Ja, hier geht's jetzt aber mächtig Hallo, jetzt mach doch mal nicht so'n Scheiß hier Ich bin hier der Held Und du musst jetzt sterben Sieht immer so'n bisschen aus, wie mit dem, äh, Dingens, ne? Ach, schon wieder so einer Und noch so'n Scheiß-Geist Meine Fresse Ja, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin? Nein, ich will hier gar nicht springen Ja, ist ja gut jetzt Ich lauf hier einfach mal durch Und, äh, müsste hier irgendwo hin Mal schauen Ich hoffe, da bin ich richtig Und ich lauf zum Greatwood See Wo ich gern den Greatwood See So, natürlich schön Die Erfahrungspunkte eintüten hier Vielleicht können wir es noch brauchen Ich bin mir da aber gar nicht so sicher Hey, Messerjack Ach, hör auf Das ist doch nicht wahr Alte Pott-Sau Ich dachte, ihr würdet es nicht schaffen Doch Ihr werdet mich niemals einholen Äh, 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 äh Wie gefällt euch die neue Welt? Und das ist erst ein Vorgeschmack, mein Junge Nur noch zwei sind übrig Welche neue Welt denn? Der holt da irgendwelche Rumkugeln aus der Erde Und quatscht hier was von neuer Welt? Am Haupthöhle-Fokuspunkt Am Haupthöhle-Fokuspunkt Ja, ach, Haupthöhle Ach komm, ich lauf hier einfach mal durch Ist mir auch egal Ich kann die Viecher eh links liegen lassen Und rechts übrigens auch Geh ich mal da in die Kammer rein In die Hauptkammer Und dann haben wir den Oma-Hut Ja, noch einen Raum weiter Ja, tschüssi Da halten wir uns gar nicht mit dem Kruppzeug auf Sondern wir laufen hier gleich mal durch Und Ja, 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 ja Ja, ich bin gespannt Wie du mir ne Hilfe bist So, nämlich gar nicht Wie ich mir schon fast gedacht habe Und du bist auch tot So, ab dafür Und los geht's Jackie Baby Ich bin, äh, am Start Hier materialisieren sich Stefan Raabwachen Ah Sind wir pünktlich? Ach, verdammt Hör doch auf Aber dein Gesicht Und nun wartet euer Fleisch Und Blut auf mich Euer Fleisch und Blut auf mich Verdammt Wir kommen zu spät Er muss beim Schafrichterhügel sein Dorthin sind auch alle anderen gegangen Ihr folgt ihm wohl besser Ich bin erschöpft Ich muss mich ausruhen Ja, ja Komm Warum nimmst du nicht das Gilden? Ach nee, da ist ja gleich das Portal Stimmt, das macht ja mehr Sinn Entschuldigen Ja, 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 ja Ich halt den schon auf Folgt mir da etwa einer? Nee Wo muss ich denn hier lang? Muss ich denn hier vielleicht lang? Ja, ich muss hier zum Windmühlenhügel Ich lauf hier einfach mal durch Ich mach da jetzt nicht so ein großes Aufhebensdrum Oder so ein großes Trara Um die Feinde, die mich ja offensichtlich eh nicht richtig angreifen Außer er natürlich Der kriegt natürlich mal tüchtig aufs Maul Und zwar so Ja, und ihn kann ich auch mal mitnehmen Pam Und um den Rest kümmern sich ja hier die ganzen Helden Und weiß ich nicht, was das hier alles sind Ach komm, dann mach ich jetzt eben doch ein paar Kämpfe mit Aber nur, weil ich die XP haben will Weil ich da so ein bisschen gierig bin Huch, was war das denn gerade? Hallo? Pam Und weiter geht's Ja, ich hab keine Ahnung Das gibt es doch gar nicht Den Witz hatte ich schon mal Aber ich hab keine Ahnung, was das jetzt alles bringen wird Aua, 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 aua Und da, und da, und da Und aua, 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 aua Ei, 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 na Hier ist ja was los Mein lieber Herr Gesangsverein So, hier auf die Schnauze Da nochmal ein paar Links und rechts so eine Backpfeife Und dann ist Ruhe im Puff Und dann können wir mal gucken Wo müssen wir langen? Jetzt lass mich doch mal gucken, wo ich langen muss, wenigstens Kannst du hier nicht den Spielfluss einfach stören Mit deiner Präsenz Boah, alter Schwede Jetzt reicht's aber hier Uah Ach, hier sind wir doch gerade am Omerhut Ach, hör auf Ja, wie denn? Der Feigling beamt sich doch weg Und hetzt mir da irgendwie 1000 Gegner auf den Hals Wie soll ich den denn aufhalten? Die feige alte Kacksau Mit seinem Scheißgesicht Ja, Quest abgeschlossen Er haltet Messerjack auf Die ist doch nicht abgeschlossen Wir haben den doch gar nicht aufgehalten Also Gildenbelohnung 5000 Gold Ist ja super Erfahrung 31.000 Spiel wird gespeichert Ja, da gehen wir natürlich bald hin Ach, da ist alles kaputt Ja, Opa Das kannst du aber immer noch, ne? Auch irgendwo aus dem Keller raus So 33.000 Willenskraft Angriffszauber Tja, machen wir als böse am besten Als böse machen wir dann Magier, ne? Würde ich sagen Aber jetzt vorerst Leben Das haben wir ja alles schon gemacht Zauberkraft plus 3 Ja, eigentlich ist es eher Wurst Aber ich nehme mal hier einfach den Schild Und das war's Komm, was soll der Geiz So, jetzt sollen wir also Ich hole mir hier nochmal ein bisschen Das, was hier rumliegt Gesundheitstrank Gesundheitstrank Den ich Ach, Opa Wat los, altes Haus Wir konnten nichts tun Eine Kraft wie seine Hab ich noch nie gesehen Und er hat auch eure Mutter Und Schwester Wenn eine von ihnen stirbt Dann stehe Abo uns bei Haltet ihn auf Bei allem, was heilig ist Haltet ihn auf Abo ist doch die Arbeit der Wohlfahrt Was hat die denn damit zu tun? Und vor allen Dingen Wie emotionsgeladen Der Opa gerade Die Konversation mit uns führt Der sitzt da am Regal Stirbt fast Und dann Ja, der Messerjack war hier Und eine Kraft wie seine Hab ich ja noch nie gesehen Ja, total emotionsüberladen Da läuft mir gleich Eine Träne aus dem Auge Und, äh, weg So, Kampf gegen Messerjack Kämpft gegen Messerjack Gildenbelohnung 20.000 Gold Bekanntheit 4.000 Gold Na Opa Was tut ihr hier draußen? Geht in die Schicksalskammer Und haltet Jack auf Ich wollte ein bisschen klönen Jetzt sei doch nicht so Mach doch nicht so eine Drama Queen Hier, meine Güte Und wo ist denn hier überhaupt Die Gildenkammer? Die war doch jetzt hier irgendwo Berg runter und Äh, äh, hier diese Diese Schicksalskammer Die war doch jetzt irgendwo unten Hallo? Ach, natürlich hier unten Ich hab mich vom Opa ein bisschen Geh in die Schicksalskammer, Junge Ja, Opa Ja, mal gucken, welches Schicksal uns da erwartet In der Kammer Gilde Höhlen Moment, einmal kurz husten Was ist mein Schicksal? Sekunde Boah, ich sollte wirklich Tee trinken Ach, was haben wir denn da? Eichenholz Langenbogen brauchen wir eh nicht Wer liegt denn da? Kennt man die? Das weiß ich nicht so genau Das Gesicht ist zu blutig Ich hab keine blutigen Freunde Also niemand, den ich kenne Und jetzt mal schauen, was uns hier erwartet Nein, Theresa Was für ein rührendes Familientreffen Die Mutter Der Sohn Die Tochter Und das Schwert Nur eins fehlt noch Dein Tod Was? Das hast du nicht getan Euer Blut Dann werde ich diese Welt in Flammen aufgehen lassen Niemals! Ach du Scheiße Na jetzt wird's ja richtig lustig Ach, er nur wieder Ja, steh ruhig auf Ja, auf die Schnauze mein Freund Ach Scheiße Du alter Fröbel Jetzt gibt's hier mal tüchtig auf dem Maul Äh, also nicht für mich Sondern für dich mein Freund Pam Der lässt sich auch nicht beirren, der Gute Also der Böse in dem Fall So, ich vermute einfach mal Dass wir hier gerade beim Endkampf sind Boah, der stolpert auch immer durch die Gegend Das ist ja eine wahre Pracht Und auf jeden Fall scheint der Messerjack auch einiges auszuhalten Ich müsste mal auch vielleicht die Spells anders legen Das mach ich vielleicht gleich mal, dass wir hier noch ein bisschen Ich habe gerade was gegessen Was tust du? Ach, was wird das denn jetzt? Ach, hör doch auf Das ist doch nicht wahr Ach komm Jack, das muss doch nicht sein Ich bin ja, das muss doch nicht sein Ich bin ja, das ist ja